Hallo und schön, dass du wieder da bist bei Zeichne Dich Schlau. Wir zeichnen heute gemeinsam ein kleines süßes Einhorn. Du brauchst Papier und Stifte und dann kann es auch schon gleich losgehen. Der Kopf vom Einhorn ist rund. Es hat zwei Augen, Nase und Mund. Es hat am Kopf zwei Ohren dran, damit es Dich gut hören kann. Das Einhorn hat eine bunte Mähne. Ins Gesicht fällt ihm eine hübsche Strähne. Und am Kopf, bei der Stirn, ganz vorn, ist das typische Horn. Es hat einen Bauch. Vier Beine mit Hufen hat es auch. Das Fell ist weiß und voller Glanz. Am Po befindet sich der Schwanz. Es ist im Regenbogenland als Super-Einhorn Rosi bekannt. Die Rosi aus dem Regenbogenland ist ein ganz lustiges Einhorn, das nie schlechte Laune hat. Wenn du ganz leise bist, kannst du es manchmal sogar kichern hören. Rosi verteilt gerne Glitzerstaub über der ganzen Welt, damit Kinder, wie du, glücklich werden. Die Sorgen verschwinden dann und wir können alle wieder lachen. Wenn du jemanden zum Lachen bringen möchtest und ein bisschen Glück verteilen magst, dann zeichne doch für alle, die du lieb hast, ein Rosi-Einhorn. Ich freue mich natürlich auch sehr darüber, wenn ich dein Einhorn mal sehen darf. Schick es mir gern. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut. Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal.